So, nun spreche ich mit wem? Hartmut Schwochhoff von Amrum. Ein Besuch aus Amrum. Ihr kauft hier ein im Rewe? Ja, weil wir heute gerade sowieso mal hier sind. Sonst kaufen wir natürlich auf Amrum ein, das ist klar. Ihr wart jetzt drin, ihr kommt gerade raus, ihr habt Maske getragen, wie war das? Das sind wir schon so ein bisschen gewohnt. Das ist also nicht allzu neu. Ah, okay. Du hast schon mehrfach mit Maske eingerichtet. Er ist auch mal mit Gasmasken spazieren gegangen. Es geht, also kein Thema. War nicht so schlimm? Nein, überhaupt nicht. Wie war das Erlebnis? So im Markt mit ganz vielen Leuten? Nee, gar nicht viele Leute. Es war relativ ruhig. Okay, aber die Leute, die da waren, die hatten Masken auch? Ja. Ich glaube, ich habe keinen erkannt, der ohne Maske war. Glaube ich nicht. Ab Montag sollen die Zweitwohnungsbesitzer wiederkommen. Wie ist so die Ansicht dazu? Ja, wenn das medizinisch in Ordnung ist, dann ist es gut. Das kann ich allerdings nicht beurteilen. Ich glaube schon, dass es in Ordnung geht, wenn das erlaubt ist. Wird es wohl so sein, ne? Ich persönlich habe nichts dagegen. Ja, dann gute Heimreise. Ja, danke sehr. Ja, tschüss. 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 Tschüss.